Danke für die Einladung. Wir bedanken uns sehr bei Ihnen für den freundlichen Empfang. Sie haben es schon gesagt, schon 50 Jahre Frieden in Europa. Lasst uns das so weitermachen. Wir müssen das verdienen. Und wir bedanken uns auch bei Ihnen für den freundlichen Empfang, schönen Empfang und Ihr freundliches Wort. Wir sind zwei Tage jetzt, zwei bis drei Tage mit Busereisen hineingenommen, sind wir hier in Straßburg. Und morgen, dann möchten wir auch noch viele Sachen hoffentlich von Ihren schönen Stadt besichtigen. Und wir freuen uns jetzt schon drauf. Aber Holländer wäre kein Holländer sein. Auf Wiedersehen, bitte. Wenn man von Holland redet, redet man von Käse selbstverständlich. Das sind Produkte, landeseigene Produkte aus der Gegend. Das können Sie mit oder ohne Familien wegessen. Ich möchte sagen, genießen Sie es. Und vielleicht, wenn wir ein nächstes Mal nochmal kommen hier, Sie werden sich bestimmt an uns erinnern. Danke.